Bereits seit 25 Jahren besitzt Benno Föcke ein eigenes Windrad. Inzwischen kann der Emsländer dank Biogas und Photovoltaik etwa 1700 Haushalte versorgen. Nun möchte er Energielandwirt des Jahres werden. Einen Einblick in seinen Betrieb bekommst du in unserem Schwerpunkt. Weitere News aus der Region In Haselünne wird es in diesem Jahr zum ersten Mal ein Open-Air-Kino geben. Die Besucher dürfen sich auf den Film Der Junge muss an die frische Luft über die Kindheit von Komödiant Happe Kerkeling freuen. Der Film wird am Freitag, 15. Juli, bei Einbruch der Dunkelheit auf einem Großbildschirm auf der Liegewiese des Freibades in Haselünne gezeigt. Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Denn im Vorprogramm ab etwa 19.30 Uhr ist die Band Graded Goods zu hören. Schwimmen im Freibad ist an diesem Abend bis 21.30 Uhr möglich. Karten zum Preis von 7,50 Euro gibt es im Vorverkauf bei der Touristinfo oder auf www.hasetor.de und an der Abendkasse. Die Sitzung des Papenburger Ausschusses für Stadtentwicklung am Donnerstagabend verspricht Spannung. Es geht unter anderem um die Pläne für die Schaffung einer Freizeitanlage namens Outdoor Werft. Der Investor Frank Fennen will das mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von bis zu 2 Millionen Euro nicht mehr im Stadtpark, sondern in veränderter Form nun im Volkspark Bokel verwirklichen. Doch auch dort stößt das Vorhaben auf bürgerlichen Widerstand. Wie es in der Vorlage heißt, sind neben einer naturnahen Kletterpark und Minigolfanlage weitere Freizeitangebote wie ein Strandbereich, ein Gastronomiebereich und Tretboote vorgesehen. Zum Schwerpunkt Die Entscheidung ist Benno Föcke aus Haselünne damals nicht leicht gefallen. Eine Million D-Mark investieren in ein Windrad, von dem man vorher nicht weiß, wie lange er Strom produzieren wird. Oder lieber doch das Geld in einen neuen Schweinestall stecken. Die Schweinepestkrise sorgte seinerzeit bei Landwirten für Verunsicherung. Benno Föcke entschied sich 1995 für den Einstieg in die Produktion von Strom und bereut diesen Schritt bis heute nicht. Noch immer dreht sich die 500-Kilowatt-Anlage und produziert fast ohne technische Ausfälle kontinuierlich Strom. Den Kredit, den Benno Föcke damals aufgenommen hat, ist längst abbezahlt. Die Gewinne, die sein Betrieb und das Windrad in den vergangenen 25 Jahren abgeworfen hat, steckte der heute 58-Jährige in immer mehr Projekte aus dem Bereich erneuerbare Energien. Wir produzieren pro Jahr etwa 6 Millionen Kilowattstunden Strom, sagt Föcke. Bei einem Durchschnittsverbrauch von 3.500 Kilowattstunden pro Haushalt im Jahr versorgt er damit rechnerisch etwa 1.700 Haushalte. Hinzu kommt Nahwärme, mit der drei Händchenmaststelle sowie zehn Wohnungen in der Umgebung geheizt werden. Und das zu weitgehend stabilen Preisen. Die Basis seines Betriebes, die Sauenhaltung mit aktuell 400 Muttersauen und 1.400 Mastplätzen für Ferkel, hat der Landwirt nie aufgegeben. Die Bewerbung für den sogenannten Söse Award, also dem Landwirt des Jahres, hat Benno Föcke bereits im Winter verfasst und die erste Auswahlrunde sofort bestanden. Ich will mit der Bewerbung anderen Landwirten zeigen, wie man mit überlegtem Tun und intelligenten Investitionen einen zukunftsfähigen Betrieb aufbauen kann, sagt Föcke. Das waren die wichtigsten Nachrichten aus deiner Region, Stand 16.30 Uhr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.